hallo und vielleicht willkommen zurück ja ja die Schatzsuche jetzt schon gemacht worden ist also dass ich die schon gemacht habe kommt jetzt die Fotoherausforderung und das ist auch also ich wusste gar nicht dass es das Wandbild überhaupt gibt aber ist jetzt nicht so schwer zu finden das ist hier unten ja hier die ganze Karte ganz hier unten wenn man hier einfach dem Weg folgt dann sieht man es direkt wenn man rein fährt da ist es auch schon jetzt brauche ich nur noch ein anderes Auto und da hat es ja gehießen ist egal welcher dann nehme ich mir einfach den hier wenn ich den jetzt da vorstelle einmal Steuerkreuz nach oben und dann fotografiere dann sollte das doch genau alles gepasst haben oh ja wirklich verlassen hier nochmal jetzt direkt der Standort genau da wo die XP Tafel ist das war es dann auch mit dem Video schon lasst mir gerne ein Abo da oder einen Daumen nach oben wenn ihr wollt bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal